Zusätzlicher Schutz für besonders sensible Aktionen, das können wir erreichen, indem wir Protected Actions in Entra-ID konfigurieren. Herzlich willkommen zu Cloud Ping Pong Folge 51, heute zum Thema Protected Actions, geschützte Aktionen. Wer könnte besser hilfreich sein als meine geschützte, bessere Hälfte aus der Schweiz, Tom Wechsler. Servus Tom. Hallo Patrick, danke für die nette Begrüßung. Hallo geschätzte Cloud Ping Pong Freundinnen und Freunde, Protected Actions, was muss ich denn noch zusätzlich schützen? Jetzt haben wir schon Role-Based Access Control und Least Privilege und ich denke, das reicht. Gut, war eine schöne Folge, bis zum nächsten Mal. Genau, tschüss. Nein, natürlich nicht. Also es geht um die bewussten Zugriffe oder Modifikationen, die man vielleicht mal ausführen sollte oder könnte. Also einfach ein zusätzlicher Layer an Schutz für sensible Tätigkeiten. Also beispielsweise das Bearbeiten von Conditional Access Regeln, wo man einfach sagt, naja, bevor jetzt einer hingeht, vielleicht sich auch irgendwo abfischen lässt oder irgendwie im Browser sich was einnistet und dann vielleicht eine Session übernommen wird. Verlange ich doch vielleicht, dass er vor der Veränderung einer Conditional Access Policy sich nochmal neu authentifizieren muss oder aus einer bestimmten Umgebung kommen muss oder besonders authentifiziert sein muss mit einem phishing-resistenten MFA und so weiter und so fort. Also höre ich das richtig oder interpretiere ich das korrekt? Du sprichst im Prinzip von einer Art zusätzliches Bewusstsein, also dass man wirklich im Prinzip dazu aufgefordert wird, sich dessen bewusst zu sein. Was will ich denn für einen nächsten Schritt machen? Habe ich das so verstanden? Ja, es ist im Prinzip eine Variante, glaube ich, würde ich sagen, von Privileged Identity Management, wo ich auch nochmal so eine Elevation irgendwo machen muss, um zu sagen, ja, mit meinem User darf ich das nicht. Also in dem Fall darf ich das, aber nur, nachdem ich vielleicht nochmal kurz durchgeatmet habe und mir bewusst bin, was habe ich denn gerade vor? Und möchte ich wirklich an dieser Stelle genau das tun und kann jetzt nicht mal aus Versehen eine Conditional Access Policy entfernen oder modifizieren, die vielleicht elementaren Schutz für meine Organisation darstellt? Hört sich super spannend an, vor allem das, was du jetzt angesprochen hast, das Thema Conditional Access Policies, weil die können ja schon eine starke Auswirkung haben auf die Organisation. Ja, Patrick, was denkst du? Wollen wir das Ganze mal gemeinsam anschauen? Hauf in die Vollen! Vielleicht haben Sie es bemerkt, ich befinde mich im Enter Admin Center. Diese Protected Actions ist eine Art Modularaufbau. Als erstes starte ich mit dem Erstellen von einem sogenannten Authentication Context, also eine Art Label oder eine Art Bezeichner. Vielleicht kann man es auch einen kleinen Container nennen und diesen Container verwenden wir dann später, um eben gewisse Aktionen zuzuweisen. Wir starten ganz einfach mal bei Protection, dann wählen wir Conditional Access aus und dann haben wir hier die Option unter Manage, da steht jetzt Authentication Context. Ich habe bereits einen solchen Kontext erstellt. Er heisst ganz einfach Conditional Access Policies Protection. Was braucht es für einen neuen Authentication Context? Da braucht es ganz viele Elemente. Das müssen Sie wirklich... Nein, Quatsch, überhaupt nicht. Also es braucht einen Namen, eine Beschreibung und dann noch die Option, ob Sie das Ganze noch publischen wollen zu Apps, dass das bei den Apps ebenfalls zur Verfügung steht. Bei der ID, da müssen Sie nichts auswählen. Da wird einfach hochnummeriert. Sie sehen C2, C3. Also je nachdem, wenn ich einen neuen Kontext anlege, wird die nächste ID ausgewählt. Also hier geht es wirklich nur darum, diesen Bezeichner zu erstellen. Vom Prinzip her, ich finde das sehr dramatisch, wie viel hier an Aufwand erzeugt wird dafür, dass es eigentlich nur ein Kleber ist, den ich irgendwo dranpappe. Und von daher, ich habe keinen besseren als jetzt einfach... Das ist eine Zuordnung zu einer Stelle beim Thema Protected Actions, wo ich jetzt einfach sagen kann, damit hängen einfach oder gruppiere ich einfach miteinander verwandte Aktionen. Wenn wir jetzt sagen, wir kümmern uns in diesem Authentication Kontext um das Thema Conditional Access, macht es eben Sinn, die auch so zu nennen. Aber ja, es ist doch sehr viel Tohuwabohu, um jetzt nicht so viele Details. Jetzt möchte ich diesem Kontext, diesem Label eben gewisse Aktionen zuweisen, die gemacht oder eben nicht gemacht werden können. Und dazu navigieren wir ganz einfach zu Identity. Dann wählen wir aus Roles and Admins. Dann haben wir hier die Option Roles and Admins. Und dann haben wir diese Protected Actions. Und jetzt werden dann gleich die Berechtigungen aufgezeigt, die ich diesem Label zugewiesen habe. Das sind die Berechtigungen, wo es um Conditional Access Policies geht. Zum Beispiel das Aktualisieren, das Erstellen oder eben auch das Entfernen. Es gibt weitere Actions, die Sie auswählen können. Das heisst, Sie können hier jetzt auf ein anderes Label zugreifen, wenn Sie jetzt ein anderes Label hätten. Im Moment bei mir steht nur eines zur Verfügung. Und Sie könnten dann andere Berechtigungen auswählen. Ich würde da gerne mal das Ganze noch etwas grösser machen. Aber Sie sehen, da gibt es weiterführende Berechtigungen und auch die entsprechende Beschreibung dazu. Zum Beispiel, wenn Sie da verhindern wollen, dass da etwas entfernt wird bei einer Cross-Tenant-Konfiguration. Das sind so Berechtigungen, die Sie zuweisen können. Da werden auch stetig diese Berechtigungen immer wieder erweitert. Sie sehen aber auch, dass die Berechtigungen für die Conditional Access Policies, die kann ich nicht mehr auswählen. Weil die habe ich schon zugewiesen einem Kontext. Also ich kann Berechtigungen nicht mehreren Kontext zuweisen. Ich glaube, das macht irgendwo auch Sinn, oder Patrick? Genau, das macht Sinn. Und vielleicht haben wir hier noch ein Thema, was ja sich auch auf das Thema Conditional Access auswirkt. Und zwar die Named Locations sehen wir ja unten drunter noch. Es gibt ja viele, wir sind jetzt keine Advokaten davon, dass wir sagen, ja, nehmt mal bitte irgendwelche IP-Adressen aus dem MFA aus oder sowas. Wenn jetzt jemand damit arbeitet, würde ich das vielleicht auch zu den Protected Actions zählen und sagen, ja, bitte nicht aktualisieren und da irgendwelche anderen IPs reinschubsen in die Named Locations. Denn das könnte ja potenziell auch gefährlich sein. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie das aussieht. Das heisst, ich will Ihnen schon mal im Prinzip das Schlussresultat zeigen. Das bedeutet, wir schliessen mal da Identity, gehen zurück zu Protection, Conditional Access. Und ich möchte einfach schnell darauf aufmerksam machen, dass ich hier mit einem Konto angemeldet bin, wo ich alle Rechte habe, um eine Conditional Access Policy einzurichten. Also diese Berechtigungen, die sind vorhanden. Jetzt wähle ich Policies aus und jetzt nehme ich einfach mal beispielhaft eine Policy und wir sehen gleich, wie sich das verhält. Hier haben wir eine Policy und, also schon mal speziell, dass ich jetzt den Namen nicht anpassen kann. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder Patrick? Oder bei den Users, okay, das funktioniert auch nicht, kann ich auch nichts ändern. Vielleicht haben Sie es gesehen, unten steht ein kleiner Satz. Editing is protected by an additional access requirement. Click here to re-authenticate. Also das heisst, ich muss jetzt bewusst mich nochmals authentifizieren, bevor ich an dieser Stelle irgendetwas machen kann. Oder beispielsweise Delete. Hm, sehen Sie, geht nicht. Es braucht eine zusätzliche Authentifizierung. Und ich glaube, das ist das, was wir am Anfang besprochen haben, Patrick, oder? Dieses Bewusstsein machen, dass man nicht jetzt einfach mal blind oder, ja, so nach dem Motto, ja, ich lösche jetzt mal, das hat ja so oder so keinen grossen Impact. Ich glaube, das ist das Bewusstsein, was wir hier im Prinzip in den Vordergrund rücken. Es ist nochmal so ein Innehalten, ja, vielleicht auch, dass die Katze nicht über die Tastatur läuft und da irgendwelche Dinge auslöst. Aber eben ein bewusstes Innehalten zu sagen, halt, stopp, bist du dir genau im Klaren darüber, welche Auswirkungen diese Tätigkeiten, diese Aktionen haben. Denn wir schützen ja nicht irgendwas mit einem zusätzlichen Protection Layer, sondern das sind ja schon Dinge, die eben signifikante Auswirkungen haben können. Und das sollte uns einfach nochmal so einen Moment Bedenkzeit geben. Und ich glaube, der Effekt ist schon da. Jetzt will ich Ihnen zeigen, warum kommt es überhaupt so weit? Ich habe hier eine Conditional Access Policy eingerichtet. Okay, der Name Conditional Access Protection ist jetzt vielleicht nicht unbedingt ideal. Darüber könnte man jetzt noch diskutieren. Aber es geht um diese Policy, weil mit dieser Policy bewirke ich eben, dass ich mich nochmals authentifizieren muss. Allerdings, ich habe diese jetzt hier ausgeschaltet. Das heisst, wenn ich dann auf Re-Authenticate klicke, dann wird der Browser einfach nochmals aktualisiert, aber es kommt kein MFA. Das hätte ich aber, oder das würde ausgelöst werden. Der springende Punkt ist, hier bei den Target Resources, sehen Sie, da habe ich Authentication Context ausgewählt. Und dann wird mir mein Kontext vorgeschlagen. Den kennen wir, Conditional Access Policy Protection. Und in diesem Kontext, eben in diesem Brückenbauer, haben wir ja die Berechtigungen angegeben. Und darum kommt das so nun zum Einsatz. Ich glaube, das ist einfach ein weiteres Werkzeug irgendwo in diesem Multilayered Approach, den man haben kann, um gewisse Aktionen zusätzlich noch abzusichern. Und die Kreativität ist da ja tatsächlich nur durch die eigene Fantasie eingeschränkt. Also, dass ich jetzt sage, keine Ahnung, ich möchte nur, dass von unserem Herkunftsland irgendwie irgendeine Berechtigung existiert, um sowas zu ändern. Ich kann auf meine Conditional Access Policy lesend zugreifen. Wenn ich sie verändern möchte, dann muss ich von einer Schweizer IP kommen, zum Beispiel. Also auch da einfach zu sagen, oder ich möchte generell demjenigen erlauben, eben mit dem Authenticator von Microsoft zu arbeiten, was sein MFA angeht. Aber für das Verändern von Conditional Access Policies möchte ich einen YubiKey, zum Beispiel einen FIDO2-Token haben, um einfach zusätzliche Sicherheitsmechanismen für besonders sensible Aktionen hervorzuheben. Und dafür sind eben diese Protected Actions hier ein sehr, sehr moderates Mittel. Genau, ganz genau. Ich finde den Hinweis noch gut, den du eben gegeben hast, wo du sagen kannst, hey, nein, Multifaktor-Authentifizierung mit der Authenticator-App, nein, dass mit diesem Werkzeug arbeitet die Person schon im täglichen Leben, nein, für diese Aktion eben Require Authentication Strengths können wir auswählen, eben dann, dass nur noch FIDO, dass ein Sicherheitsschlüssel benötigt werden muss. Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wenn ich MFA für alle eingerichtet hätte, also eine Policy, wo heisst MFA für alle, und ich entferne diese einfach mal so schnell, schnell. Das hat eine riesige Auswirkung auf die gesamte Organisation. Und ich glaube, mit diesen Protected Actions können wir das Bewusstsein vielleicht noch etwas mehr stärken. Ja, oder eben auch tatsächlich ein versehentliches oder eben zu schludriges Vorgehen zu sagen, wir sperren uns vielleicht doch mal wieder aus, weil eben eine Policy da irgendwie drin rumgeklickt wird und ja, vielleicht dann von irgendwoher ein Zugriff blockiert wird. Ja, ist ein bisschen an der Hahn herbeigezogen als Beispiel, weil wenn ich mich reauthentifiziere, kann ich das ja immer noch machen. Aber es geht um das Innehalten, es geht um das Bewusstmachen, wie du das ja auch gesagt hast, dass die Taten, die jetzt folgen, die können eben entsprechende Auswirkungen haben und sich im Tenant fortsetzen und dafür sorgen, dass irgendwelche Dinge nicht funktionieren. Und jetzt da irgendwie Trial and Error mäßig im Bereich Conditional Access ist vielleicht einfach nicht so cool. Klar, wir sollten mit Ausschlüssen arbeiten und so weiter. Aber es ist ein sensibles Herzstück unseres Tenants an der Stelle. Und dementsprechend sollte man sich dessen bewusst sein und eben innehalten und überlegen, was mache ich da eigentlich? Das finde ich ein super Schlusswort, was du jetzt eben gesagt hast. Prima, dann hoffe ich, dass wir euch ein paar Impulse haben geben können, wie ihr die Sicherheit in unserem Tenant, nein, in eurem Tenant vielleicht noch ein bisschen erhöht. In unserem Tenant natürlich auch, obwohl es ja meistens nur Testtenants sind. Aber diesen Impuls hoffen wir gegeben zu haben und wir freuen uns auf das nächste Video. Danke dir, lieber Tom. Sehr gerne, Patrick. Hat super Spass gemacht. Und ich freue mich bereits jetzt schon auf die nächste Session. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss.